Einen herzlichen Gruß aus dem Land des Herrn. Wieder einmal darf ich hier mit Ehepaaren sein. 19 sind es genau. Als die ersten Jüngerer hier in der Gegend von Jesus berufen wurden, fragten diese ihn, Meister, wo wohnst du? Und der Herr antwortete ihnen, kommt und seht. Johannes weiß noch nach Jahrzehnten, wann es war. Es waren die zehnte Stunde und sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Wir dürfen zehn Tage jetzt bei ihm bleiben, sehen, wo er wohnt. Heute werden wir uns hier am Ufer des Sees aufhalten, die Heilige Messe in der Brotvermehrungskirche feiern und andere heilige Städte hier besuchen, dort sein dürfen, wo Christus war, wo er seine ersten Wunder gewirkt hat, seine Jünger berufen hat. Ich freue mich auf diesen Tag. Die Brotvermehrungskirche mit dem berühmten Mosaik aus byzantinischer Zeit, das auf dieses große Wunder Jesu hinweist. Von dort sind es nur wenige Meter bis zum See Genezareth, zum Ort Dalmanuta. Auch dort kann man die Heilige Messe feiern, ein friedlicher, idyllischer Ort. Mit einem Boot fuhren wir ein Stück über den See, hörten das Evangelium von der Stillung des Seestürms und der Skipper zeigte uns, wie man zur Zeit Jesu die Netze auswarf. Unser Besuchstag endete dann in Kafarnaum, jener Stadt, in der Jesus viele Wunder wirkte. Mit diesen Bildern grüße ich sehr herzlich alle, die zu Hause geblieben sind. Steinktung Dein